Und willkommen zurück zu Let's Play Lampage Simulator 2013, in der letzten Folge, ähm, ja, das heißt jetzt Folge, dass ich die dritte auch nämlich jetzt mache, weil die erste, da habe ich, ähm, ja, ganz so doof wie ich bin, das Aufnahmeprogramm vergessen zu starten und, ähm, ja, ich laber und laber am Ende will ich den Part beenden und jetzt sehe ich, ich habe das Ding gleich erst eingeschaltet, super, also die ganze Kacke für die Katz, nicht gespeichert, nochmal von vorne. So, dann, ein zweiter Versuch, ich habe das Ding eingeschaltet und ich dachte, alles ist schon gut, ich laber und laber und laber, beende den Part, to speichern und, ähm, ja, jetzt watch ich konvertieren und alles, und jetzt sehe ich da, ich hatte Mikro vergessen einzuschalten. Mann, wie doof kann man eigentlich sein? So, und jetzt fehlt natürlich eine Viertelstunde, aber ich muss euch selbst sagen, ihr habt da nichts verpasst, überhaupt nichts. Ich habe jetzt, ich hatte nur den hier, die zwei Dinge hier noch laufen, weil wir den hier gerade eigentlich wieder einschalten können. Ich habe es gesät. Upsa. Müsst natürlich auch die Lichtgetaste drücken. So. Oh Mann, wie kann man denn wirklich so dämlich sein? So. Komm. Aber ich habe den, äh, laufen lassen, ich habe den laufen lassen, fahren wir jetzt gerade zurück. So. Komm. Ja, ja, ich mache mich aus dem Staub. Ich mache nie ein Rezept. Na ja, es ist heute Abend. Ich bin, wir tun alle Knochen weh, das glaube ich nicht. Wir machen jetzt gerade, weil ich jetzt gerade beim Paypal spielen, wo wir stellenweise eine schmerzhafte Angelegenheit. Gut, der gehört halt zum Paypal dazu. Ähm, ja, und aufs Thema zurückzukommen, ich habe halt den hier, die laufen lassen. Ich kann auch mal gerade grober tun, weil ich gleich noch weg machen will. Und, ähm, ja, ich habe den, äh, Drescher runtergefahren. Ich habe den, äh, in der letzten Folge, den, äh, die Nase zu. Ich habe den Drescher runtergefahren, dann habe ich den Dolz zurückgefahren mit dem Wasserfass. Der hat mich befüllt. Ähm, ich habe hier den Platz mit dem Hänger zurückgeholt. Der stand jetzt noch auf dem, unten bei Dingens, bei der Gaststätte. Oh, das Wort, äh, Klischert. Ziemlich würde. So. Ja, und ich habe halt zwei Wagen schon gespalert. Aber, da zählt er ja nachher selbst. So, dann muss ich erst mal hier. Ich bin da überlegen, auch schon langsam mal hier so ein Gülle-Dingel holen. Wenn wir dann jetzt einfach mal am meisten. Äh, Gülle, 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 Gülle am meisten, ne? Na ja, so. Weil, da denke ich auch, doch, auf Dauer doch ziemlich teuer werden. Dann würde ich am liebsten direkt abstellen. Das habe ich mir auf gut vier Minuten gelabert. Und die Zeit ist ja knapp. Zeit ist Geld. Dann werden wir, oh Mann, ey, der Scheißbaum, da machen wir noch die wieder alles am Arsch, ey. Na ja, zum Beispiel, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich hier raps oder Gäste gesät, aber da konnte man eigentlich noch nachgucken jetzt. Da macht man das nämlich noch. Ich gucke mal gerade den Ding von oben, weil der ist perfekt da durchgekommen und ohne sich irgendwie was ist das denn? Der ist perfekt da durchgekommen? Hä? Das ist mir aber gerade irgendwie schwer zu glauben. Tatsache, da ist der Durchsprung mit dann. Da muss ich mal gerade auf der Karte gucken, was haben wir denn da? Äh, da, 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 Fahrzeug war. Einstellungen. Ah, hier haben wir doch. Wachstum. Fruchtsorte. Ja, weiß Gerste. Ach, Quatsch. Hier, Pflanzenwachstum wieder. Dann werden wir diese scheiße Ecken, die der Hälfte jetzt wieder gemacht hat, noch wieder wegmachen. Oh, ich weiß jetzt schon, dass ich morgen so am Arschbein wenn mir jetzt schon nicht noch weh tun. Ich weiß nicht, wie morgen werden soll. Äh. Naja. Egal. Ich merke, dass es mir zu viel Spaß gemacht hat. So. Und dann noch hier. So. Ja, was er auch als rausgekommen ist, die Konsolen-Version davon. Dafür die, die, äh, lieber PS gespielt. Dann wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hab, äh, lieber PC. Ich hab, äh, immer eine beste Grafik aufhabe, immer. Dann spiel ich mich lieber LHPC-Freund. Ich hab's da hier ne, Playzzy, 1, 2 und 3 stehen, ne, ne Gamecube und ne Nintendo, ne Nintendo, ne Nintendo noch. ja, ich hab's spiel das meistens, entweder für die Aufnahme, oder, oder auch Spaß zum Coop, so, ich hab's erst mal ab. Und du uns jetzt erst mal hier den, den ihr tun, hier ist den immer noch. So. So. So, hoch, 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 damit ich jetzt die dick die scheiße da sehe. schießt die anderen so und ja ich bin mir spiegel hat noch mal sehr gerne dran allein schon früher so lieben und so jetzt naja egal ich hab doch fast gewicht immer noch da steht man kriegs einfach nicht gebackenet das ding wegzufahren naja egal so da passt schon da passt doch ja das ist schon morgen am montag aufnehmen das ist immer mich die eine folge für morgen kann ich mal hochladen ich hab nichts mehr weil ich hatte das früher vorher nicht geschafft am früh moin denn mein vater hatte geburtstag am samstag haben erst ein gut gebächert mal wieder und zum anderen musste ich muss ich habe ich noch mit aufgeräumt heute früh und um ein und kam ein kurs selbst dem habe ich hat mit welcher weg gefahren ja dazu freunde ich hatte ein paar freund dabei am ende hat man doch einzeln welcher hat man ist gegen 11 11 man die wesen naja egal weißt du wenn man recht auf dem schenkel weht du moin habe ich ein zwei treffer kassiert nach hier hat er sich auch noch weg machen na egal kommt man beim nächsten mal machen ich weiß ich habe schon ein paar mal gesagt aber ich kann nie oft genug sagen ich hätte am liebsten so kettensägen motto möglicher dinger absehlen kann am besten so hau zu hau zu holz jetzt angehabt und habt oder bisher hat andere dinge angehabt habe na ja auf jeden fall ja auf jeden fall was welcher größte ständige einsteige habe ich jetzt hier auch gäste gesät ich hoffe dass ich dann die vielleicht die 100.000 kriege ich brauche jetzt einfach schon für den scheiß häxler möchte ich mal habe ich mal zahl davon wuster weg dann müssen wir noch einmal ernten dann vielleicht wenn du nachher genug haben das für schneidwerk kostet schneidwerk ein fisch muss ich mal grad gucken aber kostet 30.000 ich brauche 270 irgendwie sowas und da war ja so entlang um dann hat vier uh 22.000 dr nuke class war mal class früher classe 840.000 kostet noch mal größe arbeitspreise regelgegehe zu dem hier ich werde das ding mich auch noch mal rauswerfen ich hatte mir das eigentlich geholt für zu laden aber das dinge scheiße mache ich lieber der schaufel muss ich noch eine vernünftige ladenschaufel besorgen also wenn es 240.000 zu werden 280.000 die spräuchte natürlich gucken wir hinkriegen das leben halt und das feld erstmal benutzt als als maisfeld also das hier wird unser haupt wird jetzt immer weitergemacht aber es gab es gerste war jetzt hast du nicht gesehen und unser kleines weiter wenn wir dann aber meist auf ernten ist dafür unten größtes fett leisten können das ist ein guter plan naja ich habe auch den ertrag nicht glaube ich traurig wobei ich den glaube ich auch weg tun werde wobei das dann bereits ein realistischer ertrag ist auch für die fläche und daher muss man mal genau angucken was das ist ich glaube ich habe mal wieder einen an schwaden dran ja und gespart das haben aber ich hatte ihn wohl gespart naja das dinge überhaupt jetzt an ja also an ist am mikro aber wie gesagt an schwaden kann man nämlich wirklich vielleicht nur ein bissel ein zwei spuren aber für einen schiff kann ich nur noch die mulch gespart nicht wie sieht dieses wetter eigentlich aus ok also heute noch bewölkt dann können wir auch über eh nichts mehr hexen äh dingens hat man jetzt den samstag morgen zu brechen wenn ich das dann hat man statt hat dann könnte ich wo ich bis zum sonntag leicht bis zum sonntag durchlaufen und dann tun ich die so erster in sehr mit der reihe kann ich nicht mit der dreschung ist ja aber dürfte da hat so auf hochdurcht wenn ihr wollt also verwendet bis samstag hat diese das laufen lassen gleich noch mal natürlich um gespart und gepresst habe wenn man dann der nächste folge machen glaube ich das dann habe las ich dir als durchlaufen müssen besanzen alles recht wo ich alles abgedreht habe dusch bis zum sonntag komplett schnell durchlaufen lassen weil bringst du vielleicht den samstag da auch wieder jetzt 1 1 am samstag einsehe denn sonntags kommen eh nicht nicht dreschen wegen dem wetter dann werde ich nämlich den sonntag krug und einsehen wir laufen bis montag wo man dann wieder säen können war ja auch krass hatte hier als er raus kam erst überhaupt kein regen drin war da war immer bewölkt aber nie regen das machen wir so dass ich zigtausend tage habe ich gewacht bis der weg kam und dann kam er erst als den eingefügt hatten ach du je ja man sollte auf die straße gucken und ich auch wie anders hier wie an die seite oder so wie auch immer augen auf im straßenverkehr so dann wäre das anlegt also das kleine feld da wird dann mit raps gemacht äh mit raps mit mais gemacht und werden dann ähm hoffentlich in der nächsten verfolgung irgendwann soweit haben dass wir in die ballentechnik in die in die ähm na sagt schon ich habe jetzt soweit dass wir dann in die in die Begehr einsteigen können und dadurch können wir auch genug jede menge lecker 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 geld der geld regiert die welt so war jetzt ein bisschen mitgesprochen ich schwöre ihr bestes in der nächsten folge wo wir sagen wenn es euch trotzdem gefallen hat gebt einen daumen hoch wir sehen uns beim nächsten Mal von let's play love is another 2013 bis dahin ciao